Was war ich jetzt eigentlich nur für eine ohne hier? Die müssten ja eigentlich bald da sein, denke ich mal. Äh, war's das? Jawohl, Erfolg! Ah, das ist ein Artefakt, okay. Es heilt mich, ah, cool. Die Angel, keine Ahnung. Okay, die Angel könnte man behalten, kann man auch lassen. Also, ne? Wäre sogar noch besser, noch mehr Gesundheit. Krass. Würde ich die hier wieder wegballern. Ich hoffe, dass sie eine gute Verzauberung hat. Aber auch nur eine, ne? Krass. Gesundheit erhalten. Leider bewegen. Ach komm, nehmt. So, willst du uns ehrlich? Auch drei. Auch drei. Gut. Krass. Nächste Map. Kürbisweiden. Na gut, nehmen wir die. Pascho. Reise nach Kürbisweiden. Die Raubzüge der Illager haben dieses einst fruchtbare Land in Ödnis verwandelt. Nur ein einziges Dorf blieb bisher verschont. Beeil dich, Held. Du musst die Dorfbewohner vor dem bevorstehenden Kampf warnen. Du bist ihre einzige Hoffnung. Ach komm, das wird doch nicht gut gehen. Das wird doch nicht gut gehen. Mal gucken. Krass, ich bin nicht schon gleich tot. Was? Alter, lass mich nicht jetzt schon sterben. Ich will das nicht. Ich möchte doch überleben. So. Wo sind wir? Ach, komm mal da lang. Komm, hier muss doch was sein. Wenn ich hier lang kann. Echt nicht. Puh. Da müsste ich lang. Da hoch. Frage ist, wo muss ich lang? Nach rechts, also geht nach links. Mal schauen, was wir hier so finden. Ist überhaupt irgendwas? So große Felder für nichts, oder? Keine Urne. Komm. Hier sind doch nicht nur Vereine ohne hier, oder? Oh, eine Mücke. Moment. Moment. So, sorry. Möcken kann ich hier echt nicht gebrauchen. So. War ich jetzt eigentlich nur für eine ohne hier? Oder kann man da noch irgendwie anders finden? Und hier wird doch irgendwas noch angezeigt, oder nicht? Oh, da gehört das nicht mehr richtig zur Karte dazu. Also ich meine jetzt hier, die hier, ne? Die beiden. Aber vielleicht kommen wir später da hin. Irgendwas. So, hier lang. Dann gehen wir hier lang. Und weiter hier lang. Na, na, da, 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 da. So. 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 äh da oben lang gehe ich aber erstmal da lang, wenn wir erstmal da wo man nicht hier muss wow, nice, was ist hier, cool, ich komme nicht hoch, ne, schade eigentlich, das wäre echt nice gewesen, aber gut cool trotzdem allgemein, ich finde schon, dass die karten hier wirklich cool aussehen, so das müsste man eigentlich mal nachbauen es war geraten scheiße, egal, neue Rüstung, Schuppenrüstung, mehr Gesundheit, Schadenverringung, ne, ne, leider nein es war ne bess, es war ne ganz coole Rüstung, ne neue im Endeffekt, aber bringt ja leider nix oh so, gehe ich hier richtig, klopft schon, ne es war halt ganz cool, als es ein Geheimnis war das haben wir nur so geraten aber im Endeffekt das macht die Sache schon nochmal so ein bisschen cooler ob es hier immer so etwas wie eine Elytra geben wird das man vielleicht auch an bestimmte Gegenden begleiten kann oder so aber anscheinend ist ja hier auch noch was, wo ich halt noch nicht hinkomme nein, es burned ja, wann gibt es denn in Minecraft Vögel, weil sonst Phantome oh was braucht ne große Map cool na boy viele mods sind hier alter was ist denn hier los mensch extra monster rufen ist nicht ist nicht mein freund und den weg habe ich zwei truhen und wir brauchen noch geheimnisse krass was soll ich denn die da herkriechen heißt man muss sich mal immer noch mal alle maps richtig schön angucken aber ich hänge ja so schon teilweise mal eine halbe dreiviertelstunde eine map da will ich jetzt auch nicht antun dass ich hier noch ewigkeiten länger brauche weil ich dinge suche rufen vorräte mh mh easy so schwer war das nicht so der wird cool schön gemacht schön gemacht so wir müssen ja eigentlich bald daran denken wir ich gehe jetzt einfach mal stark von aus ich habe mir gerade eingebildet ein geräusch von blazes gehört zu haben ich gehe mal ganz stark davon aus dass auch noch irgendwann blazes kommen müsste können wir zumindest echt gut vorstellen ich kann mal so ach krass ich habe mir eine karte einblenden lassen das ist cool das ist sick das behalte ich es geht weg das sieht man sogar auf welches meine kunden hatten was nicht finde ich persönlich gerade eigentlich ganz cool muss ich mal so sagen warum sollte man dann gehen hey hundi nicht sterben ist nicht braucht ihr noch erfolgt jemand und 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 Okay, so cool ist es nicht. Das heilen habe ich ganz vergessen, muss ich mal dazugestehen. So, Tisch haben wir, warum gucke ich denn kann das so machen? Da sehe ich ja dann auch, wo ich schon war. Und ich finde die Karte persönlich gesagt eigentlich nicht störend. Jetzt sieht man, wie es fast noch so auf einen zukommt und so. Finde ich persönlich ganz cool. Ich höre das ganze in Blaze, ohne Witz. Mein Arm ist voller Pfeile. Oh Gott. Same Ding. Vorräte. Ja, noch mehr Pfeile brauche ich. Alter. Magier. Ja. 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 Tschüss. Mein Schaf. Geht ihr nicht richtig? Weiß ich gar nicht. da halt nicht ganz so aus das könnte aber auch richtig sein sieht sogar ganz richtig aus ich geh nochmal zurück verdammt ist ein dorf das ist das dorf wo ich, nee das ist nicht das dorf wo ich hin bin nee da kann vielleicht sogar eine kiste sein wie weiß nee dann was was das 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 Oh no! Oh no! Alter, nein! Was ist denn hier los, Mann? Krass! Alter! Das sind halt die pure Eskalation, die du brauchst. Aber ne Kiste. Hat leider nicht viel gebracht von der Ausrüstung, ja. Der Loot war nicht ausreichend. Inakzeptabel würde ich mal so behaupten, ne? Meine Freunde, inakzeptabel. Nein, alles gut. Ich mein, Loot an sich ist das schon mal ganz cool. Sicheln bringen mir auch nichts. Ein Schwert bringt mir nichts. Schade! Hier war ich richtig, ne? Ja, genau. Und hier muss der Gegner sein. Tschüss! Ich treffe euch alle, mir egal. Leute, die Alarmglocke. Hui, ich hab's doch gefunden. Aber erstmal würde ich gucken. Das ist echt zack, ne? Das ist cool. Jetzt müssen wir uns drauf angucken. Dann können wir weiterreden. Aber cool ist ja schon irgendwie. Vor allem auch hier vorne. Oh Gott, das ist cool. Das ist nicht nice. Das ist wirklich, wirklich. Guck mal. Gut. Karte aufgedeckt. Alarmglocke wird geläutet. Wenn ich hier durchkomme. Warum muss das denn sein, hm? Geh weg. Stirb. Stirb. Ich hab mir grad zu einer Art gerettet. Und tschüss. Geil. Das ging ja fix. Äh, war's das? Jawohl, Erfolg. Und die Dorfbewohner der Kürbisweiden müssen sich vorerst keinem Kampf stellen. Ja, cool. Finde ich gut. Oh Gott. Flammen? Karcher, du karcher hat nen absolut tötigen Fein gefüllt. Cool. Jawohl. Auch wieder ein Antifakt. Ja. Ich weiß nicht, was ich behalten will. Ich weiß es einfach nicht. Oho. Einwandelnde Händler. Na cool, der hatte Fakten. Windhorn. Windhorn. Ich hab vor Angst. Der Zitter in deinem Erd. Tot in der Regeneration. Die Holzfigur verstohlen. Eine wohlige Wärme, die sich an ein gemütliches Glanzlager beendet. Achso. Cool. Mal reinkommen, was es hier so gibt. Angeln. Angeln. Find ich irgendwie cool. Okay. Fisch mal besser. Das jetzt hier kann weg. Ja, der heilt mich jetzt. Und ihr beschwört ein Lama, das dem Kampf hilft. Boah, ein Lama. Sorry, Honda ist immer weg. Achtung, ist gesundheit geheilt. Na gut. Seelen sammeln. Äh, benötigt aber so wiederum Seelen. Das hier kann weg. Zweite Angel brauche ich auch nicht. Bei dem hier weiß ich halt nicht. Aaaaah. Beschwörungsschaden. Guck mal, das hier ist 3-66. Braucht aber Seelen. Guck mal, wir nehmen das hier. Das ist safer. So. Keine mehr. Cool. Noch eine bessere Angel. Cool. Ah, wie schön. Ein zweiter Dorfbewohner. Mega nice. videos. determinedら? toilets. hat dann dasgrei ool. Bis zum nächsten Mal.